Ich bin Thorsten Schmidt, ich bin 36 Jahre alt und ich arbeite als IT-Berater. Das sind die kleinen Dinge, an denen ich mich freuen kann. Obwohl, ich habe eine große Leidenschaft. Geld. Das war schon als Kind so. Ich habe damals schon gelernt, viel Geld machst du eigentlich nur, wenn du es arbeiten lässt, also wenn du es geschickt anlegst. Dabei ist mir Verantwortung total wichtig, ist ja klar. Ich meine, wenn ich für mein Geld keine Verantwortung übernehme, dann gibt es am Ende auch keine Rendite. Da musst du schon genau gucken, was sich jetzt lohnt. Soll ich in Agrarchemie oder Kohle oder Waffenfirmen investieren? Da brauchst du schon einen guten Partner, also einen, der weiß, wo die Rendite winkt. Und dann werde ich bei meiner Sparkasse aufmerksam auf DK-Investment. Ich also rein zu meiner Beraterin und ich sage zu ihr, ich will mein Geld breit investieren und die Rendite muss stimmen. Geht das? Und sie, sie sagt einfach lächelnd, klar Herr Schmidt, das geht. Ich kann Ihnen sagen, Gänsehaut. Die von DK-Investment, glauben Sie mir, die wissen, was sich lohnt. Und Rüstungsfirmen zum Beispiel, gibt ja genug Kriege weltweit. Oder Kohle, es gibt doch tatsächlich noch Firmen, die trotz Klimawandel neue Kraftwerke bauen. Ich habe investiert, was das Zeug hält. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ich meine, sehen Sie mich an. Und ein kleines bisschen bin ich jetzt natürlich auch mit dabei, wenn Rheinmetall den nächsten Panzer entwickelt oder wenn RWE die nächste Tonne Braunkohle verbrennt. Krieg, Klimawandel, klar, das ist nicht schön, aber so ist die Welt nun mal gerade. Und ich denke mir, wenn ich schon nichts daran ändern kann, dann kann ich doch wenigstens von solchen Trends profitieren. Danke DK-Investment, danke Sparkasse. Das kann ich nur dank euch. Das kann ich nur dank euch. Das kann ich nur dank euch.